Für mich bedeutet Motorsport Vorsprung durch Technik. Das heisst, den Tag, wo man aufsteht und nicht besser ist, wie den Tag davor, hat man eigentlich keine Chance zu siegen. Das elektrische Antriebskonzept wird dominieren und das eröffnet so viele neue Türen nicht. Und darum schaue ich da mit viel Vorfreude in die Zukunft.